Dumme Design-Fels, aber sie werden immer schlimmer. Diese Heizung wird dann ungefähr zwei Minuten leben. Und so sehe ich immer aus, wenn ich einen Finanzabbrief öffne. Eigentlich sehe ich immer so aus. Diese komischen Licht-Designs unterbrechen mal kurz den Blindenstreifen, damit auch ja kein Blinder den Weg findet. Und diese Treppe soll anscheinend gut für Gehbehinderte sein. Das ergibt gar keinen Sinn. So würde meine Dusche aussehen, wenn ich die Fliesen legen würde. Ehrlich, was soll das? Und dieser Füße-Bärmer soll ziemlich warm sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn es so warm ist. Wenn es bei dieser Ampel mal schneit, kommt es direkt zu einem totalen Chaos. Also man sieht die Lichter halt nicht mehr. Und bei dieser Toilette kann man einfach mal drunter durchschauen. Dieses Bild ist irgendwie der Inbegriff von Clickbait. Das sieht von der Seite ja so hässlich aus. Und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der normalerweise die Milch in die Schüssel tut und nicht unter die Schüssel. Was soll das? Bin ich der Einzige, der das ein bisschen sass findet? Der Chop-Run im Hintergrund ist übrigens von Landalia.net. Also schaut da mal vorbei, Mann.